Hallo, mein Name ist Martin Hofmeister und ich heiße Sie recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal willkommen. Ja, wenn der Postmann zweimal klingelt. Die alte Türklingel war einfach zu leise und konnte teilweise nicht überall im Haus wahrgenommen werden und aus diesem Grund haben wir uns nach einer preiswerten Alternative umgesehen. Heute habe ich die Doorbell der Firma TrackNet, die funkgesteuerte Türklingel in weiß mit jeweils zwei Empfängern erhalten und kann auf Wunsch auch in schwarz geordert werden. Beim Betätigen der Klingeltaste wird ein Funksignal an den Empfänger gesendet. Verschiedene Codes auf derselben Frequenz ersparen euch die Sorgen über eine mögliche Störung mit der Anlage eurer Nachbarn. Diese elegante Funktürklingel kann ganz einfach und ohne großen Aufwand in eurem Haus installiert werden. Die Funktürklingel kann als Hauptklingel oder als Zusatzklingel an eurer Haustür genutzt werden. Dadurch eignet sie sich gut für Mehrfamilienhäuser, Häuser mit Nebeneingängen oder zum Beispiel für den Empfang im Garten. Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger beträgt bis zu 250 Meter. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für die Variante mit zwei Empfängern entschieden. Der Preis liegt bei 17,99 Euro, die Version mit nur einem Empfänger bei 11,99. In der Verpackung habt ihr das Befestigungsmaterial in der Form von Schrauben oder zum Kleben. Die Anleitung ist komplett in Englisch. Neben dem Klingelton erscheint zudem ein visuelles Signal. Wird die Klingel betätigt, blinkt ein blauer LED-Kreis, welcher besonders im Dunkeln sehr gut sichtbar ist. Auch die Empfänger leuchten auf. Ihr habt die Auswahl von 32 verschiedenen Melodien und könnt die Lautstärke 4-stufig einstellen. Kurz und knapp vorgestellt. Die Doorbell von TechNet. Euch noch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Euer Martin Hofmeister Untertitelung des ZDF für funk, 2017